Hey Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute sind wir wieder in Saber Simulator. Und das Update war natürlich wieder richtig krass, wie ja nur eine Insel, wie man es kennt. Das ist ja nicht extrem schade. Erstmal, ich habe das letzte Schwert. Und kein Schiff mehr. Hm, ich grinde jetzt schon safe. 90 Minuten, um das zu bekommen. Nö, nichts. Nichts. Das ist extrem traurig. Und, ähm, ich habe mich jetzt sowieso dazu entschlossen, wenn ich jetzt wieder hier das Tripp Moon habe, eins für das Paddex und so, dann werde ich wieder zum Feier gehen. Ich habe jetzt in der Zeit nicht so viel grindet. Ich hatte jetzt zwei Tage Zeit, nachdem ich mich entschlossen habe zu grinden. Das ist jetzt gerade der zweite Tag, deshalb habe ich auch noch nicht so viel. Aber, naja. Und, ich werde es gleich nochmal, äh, ähm, insel öffnen. Und dann, ich sage jetzt aber erstmal das Hauptthema für dieses Video. Also, ich werde ein Padgewoll machen. Ja. Mit allen Pads, die ihr hier seht. Mit allen. Das sind... 205. Außer die vier hier. Die bleiben bei mir. Also, haben wir 200, ja, gut 200 Pads, die ich euch geben werde. Und zwar, der Stream, Leute. Ihr seht, hier, auf Twitch, Kostuja Gaming. Dort müssen wir nur hingehen. Und dann, so gegen 16 Uhr, falls es sich verhindert, werde ich euch nochmal hier in die Kommentare schreiben. Dann holt auf jeden Fall die Kommentare durch. Heute um 16 Uhr auf Kostuja Gaming. Ähm, müsst ihr einfach nur hin, in den Chat schreiben. Und, ähm, dann, aber, ihr müsst, Leute, ihr müsst davon ausgehen, ich kann nicht in, äh, in Roblox chatten. Also, ähm, wenn ihr reinkommt, schreibt über den Chat am besten. Wer am besten, ich schräge euch sowieso eine Trade-Anfrage. Wenn nicht, schickt ihr mir eine, bitte. Also, wenn ihr Pads haben wollt. Und, ähm, so, dann gebe ich euch immer, dann gebe ich so jedem so 3, 4 Pads. Und, äh, das ist dann mit dem Zufallsgenerator ausgelost. Und, ähm, ja, ich werde jetzt noch nicht, äh, jetzt in dem Video auf K-Headschen, es sollte nur eine Ankündigung sein. Also, ähm, wir sehen uns dann so gegen 16 Uhr heute. Ich weiß nicht, wie gesagt, falls sich was erinnert, ich schreibe es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.